Gaffer sind ein Problem. Sie behindern die Rettungskräfte, sorgen für unheimliche Staus und sind natürlich auch ziemlich rücksichtslos, wenn es darum geht, das beste Foto von einem Unfall zu bekommen. Und um Gaffer zu vermeiden bzw. auf ihr Handel hinzuweisen, hat sich die Johanniter Unfallhilfe jetzt was ziemlich Cooles ausgedacht. Ich sage euch gleich, was sie sich Cooles ausgedacht haben, aber zunächst mal will ich ein Experiment mit euch machen. Hier seht ihr einen QR-Code und wenn ihr jetzt euer Handy nehmt und den Bildschirm vor dem Bildschirm haltet, bei Apple Handys geht das, indem man so ein Foto drückt, dann kommt ihr direkt auf diesen QR-Code drauf. Und das ist ein QR-Code, den die Johanniter Unfallhilfe künftig auf ihre Fahrzeuge aufbringen will. Und hier erklären die ganz kurz, was das soll, dass dieser QR-Code auf den Fahrzeugen ist. Innovatives, digitales Muster. Entwickelt aus der QR-Technologie, individuell auf Einsatzfahrzeuge und Equipment angepasst. Wer einen Rettungseinsatz mit seinem Smartphone fotografiert, bekommt eine Botschaft direkt aufs Display. Gaffer erwischen sich so selbst auf frischer Tat und bekommen das Ausmaß ihres Handelns und die Folgen unmittelbar vor Augen geführt. So wollen wir Rettungseinsätze sicherer machen. Ja, also finde ich ganz witzig. Ihr habt also diesen QR-Code und da sieht man es hier noch auf diesem Auto hinten drauf. Man knipst bei einem Verkehrsunfall diesen Johanniter Wagen und das erste, was dann auf eurem Handy in der Regel passiert ist, dass sich dann etwas öffnet, nämlich der Browser und eine Webseite Gaffen tötet, auf die man dann entsprechend gelenkt wird. Ich will mir in diesem Video einmal anschauen, wie es um die Zahl der Getöteten gerade aussieht, was für Straftaten drohen, wenn man wirklich Gaff und wenn man Tote fotografiert oder Verletzte fotografiert und was diese Aktion von der Johanniter Unfallhilfe bringen soll. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit schon jetzt und sage, bleibt dran! Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. In den Medien hört man ja häufig von Verkehrsunfällen. Tatsächlich ist es so, dass die Zahl der Getöteten seit 1970 rückläufig ist. Das ist ein Segen der Sicherheitstechnik und letztlich natürlich auch der Gurtpflicht, die es früher nicht gab. Ich habe auf dem Statistischen Bundesamt, da habe ich mich mal umgeschaut und mal geguckt, wie sah es denn im letzten Jahr aus mit den Verkehrsunfällen 2020? Starker Rückgang, sagt das Statistische Bundesamt. Zahl der Verkehrstoten in 2020 um 11% gegenüber 2019 gesunken. Kann natürlich auch sein, dass das noch eine der guten Sachen der Pandemie ist, weil wir einfach viel, viel weniger Auto gefahren sind im letzten Jahr und insgesamt ja wahrscheinlich auch weniger unterwegs waren. Wenn es allerdings dazu kommt, dass ein Unfall passiert ist, dann kommt es für Rettungskräfte oftmals auf Minuten an und die müssen schnell zum Unfallort kommen. Wenn allerdings jetzt alle anhalten, weil sie gaffen, weil sie gucken wollen und die besten Fotos machen wollen von dem Unfall, dann kann das ernsthaft Menschenleben kosten. Und damit das eben nicht passiert, hat man einen Straftatbestand verschärft, den es schon früher gab, aber der jetzt eben auch Gaffer seit einiger Zeit mit einbezieht. Und ihr seht den hier, das ist der Paragrafen 201a Strafgesetzbuch und diese Absatz 1 Nr. 3, das ist ganz neu hinzugefügt worden, erst seit Januar 2021. Da geht es darum, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren wird bestraft, wer eine Bildaufnahme, die in grob anschließender Weise eine verstorbene Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder überträgt. Also hier kann man sagen, das ist relativ neu, egal ob ihr jetzt einen Verstorbenen, der da liegt, makaber genug fotografiert oder eben einen noch Lebenden, der allerdings Hilfe benötigt, seid ihr dran. Und nicht nur wegen dieser Norm, sondern auch wegen 323c StGB, kann ich euch auch eben zeigen, da habt ihr hier unterlassene Hilfeleistung. Also wer dann da vorbeifährt und es wäre ihm zuzumuten zu helfen und das Erste, was derjenige tut, ist das Handy zu zücken, der ist eben entsprechend dran. Ja und die Johanniter Unfallhilfe will das entsprechend nochmal forcieren mit dem QR-Code und wenn ihr draufklickt auf den QR-Code, den ich euch vorhin gezeigt habe, dann passiert folgendes, ihr bekommt die Botschaft, Gaffen tötet und die Rettungswagen werden zwar fotografiert, aber trotzdem, ihr werdet erstmal auf die Webseite gelenkt. Fand ich irgendwie einen coolen Move und möchte das Ganze auch unterstützen, dass man da nochmal aufruft und wenn ihr künftig Rettungswagen seht und euch überlegt, warum haben die so einen coolen QR-Code drauf, naja, dann ist das genau deswegen, um Gaffer abzuschrecken. Das Ganze ist jetzt erstmal nur ein Testfall. Man hat einige Autos damit ausgestattet, das heißt, ihr werdet jetzt nicht alle Johanniter Autos damit sehen, aber naja, das könnten jetzt mehr und mehr werden. Dahinter steckt neben der Johanniter Unfallhilfe auch die Werbeagentur Scholz & Friends, die sich das gemeinsam mit den Johannitern ausgedacht haben. Ja, Gaffen ist nicht cool, es kann ganz schön teuer werden, im schlimmsten Fall könnt ihr sogar ins Gefängnis dafür kommen, wenn dadurch wirklich Leute gefährdet werden, dann kann ich nur sagen, lasst die Finger vom Handy, wenn ihr solche Unfälle seht. Ich danke euch an dieser Stelle wie immer für die Aufmerksamkeit. Hier noch der Hinweis, dass ihr gerne ein Abo dalassen könnt, falls ihr Bock drauf habt und natürlich der Hinweis auf unsere Jobs, die wir bei WBS frei haben. Schaut mal unten rein, falls ihr Anwälte seid, falls ihr Referendare seid oder Freunde habt, die Anwälte sind, Referendare sind oder Rechtsanwaltsverangestellte, hier unten drunter, alle unsere Jobs, die wir aktuell frei haben. Wer keinen Job sucht, der sucht vielleicht noch weiteren Futter für YouTube-Videos, den möchte ich euch hiermit gerne bieten. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt gesund, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss und bis dahin.